Am nächsten Morgen im Empfangsraum des Modehauses zur schönen Neapolitanerin. Das ist ja ein seltschisch! Schauderhaft und laut! Ein lächlicher Überfall auf die berühmte Schauspielerin Silvia Lombardi! Wenn das wirklich alles ist und da gleich wieder aus dem Fenster gesprungen ist. Maudieu, da passieren ganz andere Dinge in Paris. Aber Luise, was kümmert uns da in Paris? Wir sind hier in Neapel. Und die ganze Stadt ist in Aufruhr. Eine Frau in Führin ist doch nichts Außergewöhnliches. Entschuldige, Luise, ich bin 19 Jahre alt und bei mir hat's noch keiner versagt. Maudieu, in Paris, da ist das wohl an der Tagesordnung. Ich meine, bei Nacht, bei Tag und Nacht. Erzähl uns mehr von Paris. Erzähl uns alles, wie trinkt, wie ist. Wie liebt man in Paris. Wo so mit Essen und Trinken erst viel Zeit verlieren. Fangen wir gleich mit der Liebe an.